Ich darf Ihnen jetzt einen Weißwein-Service präsentieren. Wir servieren ein Schloss Johannisberger Kellerblack Riesling-Qualitätswein trocken aus dem Jahre 2007 von dem ältesten Riesling-Weingut der Welt von der Weinbaulumene Schloss Johannisberg in Rheingau. Als Visum-Glas habe ich mir ein Probeglas vorbereitet, ein kleines Tellerchen Papierserviette und ein Kühler. Als erstes schneiden wir die Kaffee ab, die lassen wir in der Tasche verschwinden, reinigen den Hals, raschen Hals und stecken die Kölnermesse möglichst in der Mitte des Gorkes ein. So, jetzt vorsichtig rausziehen, nicht ganz. Das letzte Stückchen machen wir wieder mit der Serviette. Entfernen den Gork, überprüfen, hervorragend. Reinigen den Flaschenhals und nehmen ein Probeschlüppchen. Wir könnten auf dieser Stelle den Weißwein auch dekantieren, wenn es sich um einen Weißwein handeln würde, der in Holzfassen vergoren ist, gegebenenfalls auch in einen Bark gereift oder bei einem älteren Jahr, ich dekantiere auch gerne große oder erste Gewächse. Bei diesem Wein ist das im Moment nicht nötig, also wir können praktisch den Wein servieren und nachdem wir den Service beendet haben. In Eis legen. Unser Arbeitsplatz räumen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017